Hallo und Gisseng zum ersten Update-Video zu Tipi und für alle, die nicht wissen, von was ich rede, entweder können sie euch das erste Video zu Tipi anschauen, das ich gemacht habe, oder ein paar einführende Worte. An dieser Stelle, Tipi ist eine Plattform, wo man Content-Producer direkt mit einem monatlichen oder einmaligen Beitrag unterstützen kann. Ein paar Kollegen sind auch bei Tipi unterwegs, zum Beispiel liebe XTQM-Hose, der Kollege Writing Bull oder auch die Wiesem-Welt. Und wenn man auf Tipi jetzt als Content-Producer ist und sich dort tippen lässt, dann hat man verschiedene Möglichkeiten, die Tipper dort zu belohnen. Zum einen direkt mit Belohnungen. Der Kollege XTQM-Hose bietet zum Beispiel einen Serverzugang oder ähnliches, wenn man da einen gewissen Betrag im Monat zahlt. Oder man steckt sich Ziele, so wie ich es gemacht habe, wo zum Beispiel eins meiner Ziele war, ein bisschen weniger Werbung auf dem Kanal zu bekommen und das erste gesteckte Ziel von 50 Euro im Monat ist erreicht. Und das ist, dass ich auf den Werbetyp nicht wegklickbare Vollbildwerbung verzichte. Und das ist, glaube ich, der perfekte Start, weil die Art von Werbung, die man nicht wegklicken kann, wo man sich quasi gar nicht aussuchen kann, ob man die schauen will oder nicht. Das ist definitiv die am nervigsten und die tatsächlich sogar wesentlich weniger bringt, wie man sich denkt. Also wenn man sich die nicht wegklickbare anschaut, das bringt demjenigen, der die Werbung geschaltet hat, fast dasselbe, wie wenn man sich die wegklickbare anschaut. Und so hat man zumindest die freie Wahl. Also wie ich finde, ein toller Start. Und ich werde die Ziele, glaube ich, ein bisschen umdefinieren, dass man, naja, oben raus einfach ein paar andere Dinge noch haben, außer Werbung. Ein schnellerer Internetanschluss wäre zum Beispiel so ein Kandidat, um künftig wieder regelmäßiger Livestreams zu machen. Kann ich mir zwar auch so leisten, ich habe es in dem letzten Tipi-Video schon erklärt, es geht nicht darum, dass ich hier jetzt mehr Geld verdienen will, sondern ich will einfach die Qualität ein bisschen ändern oder die Prioritäten am Kanal ein bisschen ändern, ohne dass ich dabei draufzahle. Und jetzt mehr zu streamen und dafür schnelleres Internet sich zu leisten, wäre eben was Ähnliches, wo ich sage, ja, ich muss nicht extra dafür zahlen, weil es durch Tipi gedeckt ist, aber ich kann mehr interessanten Content produzieren. Also das wäre auch so eine Möglichkeit. Ich schaue mir das jetzt noch ein paar Tage an, schaue auch, ob eventuell nach diesem Video sich noch ein paar Sachen ändern. Auf Tipi selber habe ich das Ganze ja nochmal schriftlich sehr gut erklärt und ich glaube, ich werde dann einfach regelmäßige Update-Videos zu Tipi machen beziehungsweise das dann künftig, denke ich, einfach mit dem Stimmungsbarometer zusammenlegen. Das bietet sich, glaube ich, am besten an und da kann ich im Stimmungsbarometer dann besprechen, was ich bei Tipi so vorhabe oder was sich dort ändert oder welche Ziele da neu sind oder welche Ziele erreicht wurden. Ja, und weil ich mich leider, leider ein bisschen schonen muss, was die Stimme angeht, bin ja sehr stark verkühlt, werde ich es an der Stelle gut sein lassen mit dem Update-Video, aber nicht ohne zu sagen vielen, vielen, vielen Dank an die Tipper, die da schon ordentlich was zusammengetragen haben. Also ich war da sehr, sehr überrascht von dem steilen Start und ich finde es super, dass wir das erste Ziel schon erreicht haben. Ein paar haben nur einmalig getippt, hat es im ersten Moment noch viel besser ausgeschaut wie jetzt, aber nichtsdestotrotz die monatlichen Beiträge überwiegen da und das hilft mir einfach ein bisschen zu planen und ich würde sagen, ab sofort ist es, denke ich, gerechtfertigt, dass wir die vorher angesprochene, nicht wegklickbare Werbung einfach grundsätzlich deaktivieren und ich glaube, die wird auch so schnell nicht wiederkommen mit oder ohne Tipi. Dann vielen Dank nochmal an der Stelle und ich wünsche alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal, tschüss, ciao, viel Dank und baba.